Kleines Schleckermäulchen. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Morgen. Wir Menschen sind verschieden. Das sehe ich an meinen zwei Töchtern. Die Kleine ist zum Beispiel superintelligent. Wenn ein Abhang kommt, ein Gefälle, dann krabbelt sie immer mit den Füßen voran nach unten, um ihren Kopf zu schützen. Sie weiß, ihr Kopf ist ihr Kapital und das riskiert sie nicht. Während die Große, die hat schon so viele wilde Aktionen gebracht und schon so viele Beulen kassiert, dass halt, ja, man sieht halt jetzt schon so die Nachwehen. Wenn wir zum Spielplatz gehen und die Sonne scheint, dann schaut die Kleine hoch und fragt sich so, wie hell scheint die Sonne, wie weit ist sie entfernt? Wird es uns Menschen irgendwann gelingen, zu ihr zu reisen, ohne zu verbrennen? Und die Große, die will einfach nur tanzen, tanzen, tanzen. We are young, we are fun, we are dancing in the sun. Um jetzt mit den beiden Schritt zu halten, haben meine Frau und ich uns aufgeteilt, während ich jetzt die Relativitätstheorie von Einstein lese, um der Kleinen gerecht zu werden, liest meine Frau die Bunte, um unsere Große zu fördern. Ja, ich würde auch, ich würde auch lieber Bunte lesen.